Daniel Štefolč ist ein kroatischer Fußballspieler, der aktuell beim österreichischen Verein SC Wiesen aktiv ist. Štefolč begann seine Profilaufbahn bei NK Čako weg, ehe er in die erste Liga zu NK Vatex wechselte. Dort war er tragende Figur in der Abwehr bis zur Saison 1995-96, als ihn Dynamo Zagreb ablösefrei abgeworben hatte. Anfang der Saison 1999-2000 holte ihn sein Landsmann, Branko Ivankovic, für 150.000 Euro zu dessen damaligem Klub Hannover 96. Dort blieb er bis zur Winterpause der Saison 2003-04, ehe er zum 1. FC Nürnberg ausgeliehen wurde. Nach einem halben Jahr konnte er mit Nürnberg den Aufstieg in die erste Liga feiern, allerdings kehrte er zurück zu Hannover 96, wo er in der folgenden Saison aber kaum zum Einsatz kam. Ein Jahr später führte ihn sein Weg zum SC Paderborn 07, doch schon zur Winterpause 2005-06 zog er weiter zu Rot-Weiß-Essen, in dessen Diensten er bis zum 11. Januar 2007 stand. Hiernach wechselte er zu NK Medjimuji in sein Heimatland und beendete dort im Winter 2007-08 seine aktive Karriere. Für die kroatische Nationalelf bestritt er zwei Länderspiele.